da unten war irgendwas tinker's life is way nächste quest climb reward pick one option ich nehm die obsidian mach du erstmal climb rewards und ich schau hier erstmal nach oben und ich hab keinen inventarplatz mehr jawoll wie immer ouch das ist alchemie für später ok flugsblock ich schmeiß erstmal alles hier rein ich muss keinmal alles sortieren hier sind flugsblöcke ich glaub die darfst du abbauen ich weiß es nicht aber wir haben hart mittelengotts ne 64 stück so by the way ok wo bauen wir tinker's construction auf in dem raum hier auf der anderen seite weiß das nicht können wir eigentlich machen castly wohl obwohl da kommt noch irgendwas mit ME hin ich glaub ich baue die ne das ist wieder ein verstecktes basic pack ok nur gewichtsplatten egal hier sieht das kack aus das ist wieder diese wolle die so verteilt war diese wokwolle ja die kannst du aber in diesen vm raum reinlegen D so ich kam hier lieber weg ja bleivst du halt da ne richtingle wenn ich da runter spring kein teleport die Brady wo bist du dann entgegengen hinten wo die monster waren kann doch schon mal weitermachen hilfe ich komm hier echt nicht mehr weg dein ernst ja mein ernst wo muss ich denn dafür hin aber ich muss einfach blöcke bestimmt mitnehmen ich weiß ich muss jetzt bestimmt darunter wo die monster waren ja und dann du hast ich bestimmt durchgebuddelt nein also warum löch da sind löcher wurde runter kommt tschüss zombie tschüss skelett muss halt ein bisschen aufpassen erst mal zu machen was zu machen so muss ich jetzt hier durch was siehst du wenn du runter kommst hey bei mir sind überall glaswände wenn ich hier runterkomme wie weit soll ich noch runtergehen und das große ding ist ein loch großes andere richtung die anrichtung ist bei mir kein großes loch also ich gehe die kleine treppe runter die in der mitte ist ja ja toll und dann dann gehe ich zu den monstern oder was ja da habe ich jetzt die blöcke hingemacht ich bin doch da wo die monster sind habe ich doch gesagt ja du bist ganz noch tiefer weiter unter da komme ich doch gar nicht hin richtig da muss ich denken das große ist das große bis ganz ganz unten auf dem weiße fläche oder was meine laufung weiter vorsichtig da kommt gleich ein abgrund als mal körper lang kannst du zurück nach hier ja was machst du denn unten ne hallo ja dann bin ich doch richtig also nicht dein ernst was denn weißt du nicht ob wir die koppel brauchen ist egal oder sich blöcke habe was machst du denn jetzt so für komischen dinge händler gab jetzt komm ist von mittag oder nicht oder froh ja ja hallo hatte dort irgendwelche wege geoffen sind warte warte da machen nicht so ein quatsch lass mich wenigstens mit auf dem blog ja geh mal bitte weg moment hatte ich ja auch vor aber wegen dir falle ich darunter sicher wegen mir ich wollte eigentlich einen höher machen hinter dir schon ja es war die block verschwindung gewesen was soll immer links eine höher machen was du dahin hatte habe ich mich runter kann so bisschen job man machen wir sind da müssen da ein haben erst mal der kippe runter ich halte nicht runter was auch gar nicht ob wir noch irgendwie was sein so ja jetzt verbrauchst du auch den koppelstern ne hier oben ist eine kiste kannst du sein ich gehe wieder zurück ich gehe wieder auf den technik kram ich habe keinen platz mehr das ist aber zu geil ich komme zurück und schmeiße den rest runter warte ich muss eben andersrum wie bist du schmeißt den rest runter sollte reichen eigentlich wir können die cookie quest abschließen nee geht nicht egal wir können die nächste quest abschließen ich habe die kiste nur zufällig gesehen da oben ja ja ist klar das sagen sie alle beim rumgucken siehst du ich bin doch das große loch irgendwie das kleine was da ist du bist mir einer da ist ein skelett oben hast du oh wie die monster da überall drauf rum spawn geiler mod geiler mod mit den blocken mit den blocken das ist schon zombie hat und zombie hat zwei lohren und als maul die aus dem biosphäre ermittelt die können wir eigentlich da hinten anschließen ich komme jetzt mal wieder raus ja du müsstest sowieso raus ich habe eine neue biosphäre deswegen sage ich ja warst du hier in der mitte eigentlich schon an ja da sind ja die monster wo ich ja gesagt habe da sind monster ouch kannst du bitte nicht hochkommen und das material wenigstens ablegen wenn dein inventar schon eh voll ist hallo wollen wir gucken was dahinter ist können wir gleich mal yolo mod einfach rein rennen oder nicht äh ja warte mal ich habe einen toolboard stick und eine axt warte mal ich nehme eben die axt boah die melonen die bringen überhaupt nichts wie immer besser als nichts naja man braucht also war ein bein dann noch ach so moment noch mehr für die leise haben wir jetzt ob sie der naxt ja ist klar hier kannst du die auch holen Kannst du ja auch alles holen, ja sicher. Wenn du mal die ganzen Questen abschließen würdest. Ja, stimmt ja, da war ja noch was. Erstmal abschließen. Hallo Skeletten, hallo. Alien Head. Oh, irgendein Wither-Effekt. Ah, hat wir denn hier das Tool? So, kriegst gleich alle Items dafür. Kann ich auch so zusammenbauen oder haben wir eine Station? Klar, alles unter der Ding drin. Ach du schießt mich die ganze Zeit ab mit den Scheißpfeilen. Ach da. Du Eier-Kauf-Bow-of-de-Vitility. Äh. Zack. Zack. Komm. Was sind das eigentlich mit diesen Schildern? Ob sie denn... Keine Ahnung, ich weiß gar nicht wie man die ausfüllen kann. Kannst du da mit reinstecken? Ja, du kannst alles reinstecken. Ah. Da hab ich den Decker reingesteckt eben. Wir können die nächste Quest abschließen by the way. Ja. Mhm. Okay. Kekse. Ähm. Triple Cookie. Da war ja irgendwas mit den Cookies. Ähm. Und ne Chest. Und ne Chest. Und ne Chest. Ähm. Compressed Cookie brauchen wir nämlich. Was hast du mit den Keksen jetzt gemacht? Gar nix. Die hab ich ne... Die hab ich ne Kiste dahin reingeworfen. Ich hab äh... Ich hab triple Compressed Cookie in der Hand ne. So by the way. Hab ich auch. Hab ich auch grad bekommen. Skystone. Compressed. Secrets. Wenn sie... 38... 46 Metern. Die ganzen komischen Blöcke. Oh. Äh. Das wir dann... Können wahrscheinlich daraus auch diese Compressed Cookies machen. Und wir auch die Seals hier rum. Fliegen jetzt. Ne das ME System zum Laufen bringen. Weil ich kenne ja unsere Ordnung. Äh. Reinschmeißen. 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 Standard. Am besten... Ein... System reinwerfen. Wo einfach nur einschmeißen. Das System macht das automatisch. Mhm. Ohne ME System. Wieder 10 Milliarden Lagging. Na voll im Irrme Herzen. Ist auch geil, ne? So gut. Ich tu jetzt erstmal hier grad das... Äh. Double Compressed. Äh. Sand, Dirt und so. Abzuboren, ja. Gravel. Okay. Wenn wir ein bisschen Material haben vielleicht. Kann man ja immer gebrauchen. Dauert nur gerade. So unten bei den Monstern. Ah ja. Hab ich eben ein bisschen geschlachtet gerade. Hallo. Was geht ab? Deine Mode, oder? Geht ab Deine Mode. Geht ab Deine Mode. Also wenn man hier Licht reinbacht hat man wenigstens Raum wieder. Das wundert dich nicht. Ich hab mal genäht dann. Ja. Sicher. Du hast doch ein Magnet bekommen, oder nicht? Ja, den musst du aufladen. Wie immer Magnet an. Toll. Ja. Meinst du ich lass da was in der Kiste drinne? Bitte dich. Hallo. Ich bin Flash. Mhm. Mhm. Da könnte man eigentlich Licht reinmachen. Da hätte man eigentlich einen ganz guten Raum noch. Mach doch Licht rein. Kannst ja nicht. Bleib mit ihm da. Bleib mit ihm da. Bleib mit ihm da im Raum. Damit da keine Monster spawnen. Ich hab Fackeln gehabt. Du hast weh. Sky Compost. Sky Stone Compost. Ne? Finden wir bestimmt irgendwo. Oh, das wird wieder super. Irgendwo Fackeln gehabt. In der Biosphäre kriegen wir Weed. Warte mal. Ja. Ich will keine Fackeln herstellen. Ich hatte welche. In welcher Kiste sind die drinne? Äh. Ach, die sind unten in der Woodkiste da. Da hat er wohl alles reingeschmissen. Okay. Ja, das ist ja auch noch so massenweise Zeug drinne. Ja. Und die Melonen, die bringen nicht, sonst sind schon fast alle weg. Ja, hier sind Fackeln drin gewesen. Hast du eigentlich so ein Woodcleaver? So ein starkes Schwert. Hä? Wooden Excavator. Ach so, Woodcleaver. Ja, ja. Den hab ich auch mit... Ich hab ein Wooden Wrap hier, ja. Ja, okay. Reicht, ja. Wird ausgerüstet. Ja, reicht, ja. Machen wir... Da einen hin. Ich hab da immer noch so einen Deathpoint rumhängen. Da einen hin, da einen hin. So. Deswegen ist der Raum ausgeleuchtet. Das haben wir auch schon. Ähm... Eray Points. Check mit dem Deathpoint. Ups. Move. Nyeow. 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 observatorien biosphäre alles klar also mir gefällt der bot besser als der letzte muss ich echt sagen die räume sind viel besser gemacht worden ist das modpack ja ja alles klar ach hast du auch gemacht keine tiere schlachten warte mach rechtsklick vollpfosten du bist so ein honk rechtsklick warum ist egal nein dann seht ihr die gleich wieder rosen da hinten ist auch noch ein feld also müssen auf jeden fall essen haben wir jetzt erst mal genug grünes hühnchen ich glaube es nicht du hast ja bestimmt eine kiste am looten wenn ich was seh dann loot ich das auch gleich oh heiz im maul du zombie hühnchen geh weg hühnchen hast du einen partner von dir kopf bekommen deinem ist noch eine kiste alles weiß alles weiß ist wie zu gierig der hund der ist nur am looten buddenshield ach so die textur wurde eben nicht angezeigt zuerst muss was essen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal